Musik Candyman ist der englische Begriff für Bauarbeiter? Echt jetzt? Ich muss trotzdem ganz... Ich hab jetzt... Ich hab einen Ohrwurm jetzt von Candyman, von Christina Aguilera. Aguilera. Ich glaub, dir macht Spaß, Paletten kaputt zu machen. Ich hatte die Aufgabe auch. Als Killer musst du doch 30 Paletten zerstören. Das hat der erst schon gemacht und das sah so witzig aus, weil das aussah, als ob der über die Palette gesprungen wäre. Er ist einfach über dich drüber gesprungen. Wie gut. Das war... Das sah bei dir nochmal lustiger aus. Vielleicht warst du Honey und ich Nanni. Oder andersrum. Ja. Oh, ich hab reingesch... Ja, Entschuldigung. Dass ich dich erschreckt habe. Alles gut. Okay, die Sachen von ihr haben wir jetzt nicht mehr. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Nein, John. Na, John? Na? Ja. 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 Dann nicht. Er hat gar nicht mitgeschnitten, dass ich hier stand. Und das ist so ein Toxic-Ghost-Face, der T-Backed. Wow. Wir sind im Fernsehen. Oh. Das ist ja voll die Live-Sendung jetzt. Aber man sieht mich ja nicht, man hört mich Gott sei Dank nur. Oh, das läuft ja richtig gut, die Runde. Direkt zwei am Boden. Hey. Hier husten aber mehrere Leute. Oder? Menschen. Ich habe Menschen gefunden. Ich muss mir leider immer alles ziemlich, äh, ich weiß nicht, ob es hier Twitch-Probleme gibt. Entschuldigung. Entschuldigung, Twitch. I'm sorry. Ich wusste nicht, dass dort ein Puppis ist. Entschuldigung. Die Platin. Hup, hup. Geschafft. Fertig. Fertig. Das ging doch schnell. Was für ein T-Shirt hängt hier raus. Das ist tatsächlich der Tiger-Schwanz. Das haben die doch mit Absicht so gemacht. Ja. Ach so. Hä? Hä? Äh. 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 So, wir können unser Heiko in voller Schönheit hören. Also, das war ja schon fast schön. Gibt es hier sowas wie eine Karte eigentlich? Eine Map? Schön, oder? Äh, auch gut, das war's. Ich dachte, ich komme raus die Runde. Ganz furchtbar gegen den zu spielen. Vincent gibt es das aktuell günstig. Macht auf! Oh, hier ist nicht mal... Ich dachte, die haben das Tor hier wenigstens vorbereitet. Ja gut, RIP. Oder tankst du für mich, Dwight? Natürlich nicht. Oder tankst du? Ah! Nice. Ah! 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 Oh nein! What the fu? Warum? Es war so knarr. Oh nein! Ah! 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 Die nehm ich mal mit für Marlo. Cool, gucken wir uns noch kurz an. Oh ja, hier ist jetzt schon einiges mehr frei. Es wäre gut, wenn die vielleicht jetzt nicht an dem Generator rumlaufen. Geh, wir ziehen durch, wir ziehen nicht durch, wir ziehen durch. Genau, das ist der Magier und da gibt es eine Trophy, dass du, weil wenn du im richtigen Moment dein Schild einsetzt, fängst du quasi diese Bombe und wirfst die auf den Magier zurück. Oh no. Das ist absolut nicht gut, weil ich bin zu langsam. Ich bin überladen. Oh mein Gott. Ich war überladen und überfordert. Aber bis ich das geworfen habe, ah, ich könnte natürlich einfach auch sprengen. Haha, so wie ich es gerade getan habe. Du hast deine Nummer, bist du Spider-Mans Freundin? Das wäre so cool, wenn... Na los, Sherlock. Jetzt zeig mir doch mal deine Wassersammlung. Ach, der Miles. Jetzt reicht's aber auch langsam mal. Na gut, das war es hier, Todesfalle. Ich werde dich nicht schlafen. Wohohoho. Ach, du sieg gerne. Tschüss.